Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cuphead. In der letzten Folge haben wir erfolgreich ein Level nicht geschafft. Und deswegen sind wir jetzt hier weitergegangen zu diesem wunderbaren Blumenbeet und werden hier auf Simple den Boss einmal probieren. Okay, kann ich hier rein ohne zu sterben? Scheinbar war das sogar eine gute Entscheidung. Das ist wahrscheinlich hier eine gute Entscheidung. Okay, das kann ich soweit. Ah, ich kann hier nach unten schießen. Aber ich kann... Aber nach unten schießen kann ich nicht so. Okay, das ist neu. Aber da kommen jetzt bestimmt gleich auch pink etwas. Ich wollte gerade sagen, nicht nach oben. Giga-Nerv nicht. So, bis jetzt geht der auch. Wenn ich schon viel zu viele Leben verloren habe. An sich. Aber ich habe... Man muss die ja auch erstmal kennenlernen, die Bosse. Aber wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen. So. Kann ich nach... Nee, wenn ich nach unten drücke, dann fliege ich nach unten. Süße kleine Blume. So. Aha. Ich kann mir die Stufe... Ich wundere mich gerade, dass es noch kein... Ähm... Ja, was? Alter. Jetzt ist gar nicht gerechnet. Habe ich mich gerade erschreckt. Ähm... Na ja, vor allem habe ich gemacht. Nein! Fällt der ein? Komm mal ab. Dude. Jetzt wieder oben. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich habe ein bisschen Angst vor der nächsten Stufe. Verkacke ich dann wahrscheinlich wieder. So, du willst nach unten? Nein. Dann erwische ich dich nicht. Oh, ich war zu nah davor. Du, du, du. So. Okay. Nein! Oh, was? Ah, vollidiot. Was, 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 was bist du? Was bist du? Was bist du? Okay, okay. Okay. Nicht so schön. Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Nein, nein, nein. Ah, nicht die. Die sind kacke. Ich hasse braune Kackmöhren. Nein! Nein! Waren die nicht gerade anders farbig? Ja, waren sie. Kacke! Kapett! Ich hasse dich! Alter! Geh weg aus meinem Leben! Nein! 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 Ja, danke für den Hinweis, Daniel. Ich, äh, kann Streck schießen, wenn ich die drücke, aber ich finde das immer, persönlich finde das immer etwas kompliziert. Ich bin zu blöd dafür. Sagen wir es, wie es ist. Nein! Ah, aber so kann ich nach unten schießen. Ah! Na gut, das ist... Naja, das war ich lieber so. Nein! 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 Er landet auch immer genau da, wo ich hin will, ne? Naja, unten darf ich jetzt eh nicht hin, das ist okay. Ah! Nein! Was willst du eigentlich von mir, ey? Warum haben die alle was gegen mich? Okay. Wow, was? Wir sind schon... Voll dumm. Voll dumm. Wir sind schon in der Stufe, aber... Ah! Oh, das hat sie gemerkt, dass ich die Möhren nicht mag. Nö! Ich mach dich so tot, Dude. Kacke. Cuphead's cut. Alter! Ich muss doch die Blume anschießen, da hab ich gar keine Zeit für. Kacke. Ja, da... Ich bin... Na, es ist immer noch ein ganzes Stück vom... vom Schießen entfernt. So, erstmal nach unten. Das ist okay. Das ist nach oben. Was? Na? Nein! Ich stehe wieder zu nah an der einen dran, ne? Ah, okay. Okay. Ey, der hat das echt gemerkt mit den Möhren. Das ist doch assi. Der Pantoffel, oder was soll das sein? Ach, Kacke. Das war eine doofe Entscheidung. Ach, ich kann durch die... Durch die kann ich durchlaufen. Das ist auch eine Info, die ich... Und die kann ich nicht abschießen. Doch. Kommt runter. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich besser auf die kleinen Viecher hier fokussieren sollte. Ob das gleich aufhört. Kacke. Nein. Oder ob ich jetzt einfach... Ach, unter mir ist die gewachsen. Okay, einmal versuchen wir es noch. This match will get red hot. Ja, keine Ahnung, ob das... Ob das wohl aufhört. Oder ob ich versuchen muss, die Flume abzuschießen. So gut es geht. Jetzt aber Glück. Geht ihr bestimmt nach oben, ne? Äh, hallo? Das ist ja eine doofe Sache jetzt. Das ist ja tatsächlich jetzt ganz schön doof. Warte, dann bleibe ich mal ganz kurz hier unten. Ah, ah. Jetzt muss ich hoch. So, das hat aber gereicht. Und das Ganze ist auf simpel. Ich möchte gar nicht wissen, wie das auf hart ist. Jetzt haue ich dem alles rein, was ich hier habe. Oh. Nein, 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 nein. gott alter finne eine minute 12 2 von 3 hp punkten 0 parry ich weiß immer noch nicht was dieses parry sein soll und skill nur ein stern naja immerhin junge junge das hatte jetzt aber jetzt können wir nach unten aber weil wir in dieser folge noch fünf minuten über haben werde ich mich noch mal diesem level versuchen ich meine wir hatten jetzt so ein erfolg gerade mit diesem boss jetzt weiß ich ja ganz genau wie dieses level funktioniert und werde nicht wieder versagen ach komm sonst hat das geklappt so ich vermute mal am ende das ist dann ein kleiner mini boss den man einfach kaputt machen muss dieses nach unten drücken beim crouchen ist keine gute idee ja das wird auch wieder super werden oh mein gott warum kann man so dumm sein so ein grund warum ich sowas wie dark souls zum beispiel nicht spiele ich würde mich nur aufregen na das hat ja gut geklappt ich probiere mal kurz was wir werden jetzt okay ich probiere nichts mehr einmal letzter versuch und wenn es dann nicht klappt dann äh ja daniel danke tschüss danke wo kam denn der rollball da noch her der kam aber sonst noch nicht ach jetzt war ich zu hoch für das spiel fick mich doch nein ich will doch nur ausprobieren ob ich da drüber daschen kann ach man das ist doch scheiße wir gucken uns in der nächsten folge den nächsten boss an und bis dahin sag ich tschüss viel spaß mit eurem weiteren tag und leben noch und so und tschüss ja 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 ja